Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Ab sofort werden auf diesem Kanal täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Karriere Sie haben das perfekte Maß an Ehrgeiz und Mut, kombiniert mit guten Beziehungen zu anderen, um heute bei der Arbeit äußerst effektiv zu sein. Diese beiden fantastischen Talente werden anerkannt und hervorgehoben werden, also scheuen Sie sich nicht, sie zu zeigen. Gesundheit Der heutige Transit gibt Ihnen die Energie, mit den Menschen, die Sie lieben, auf effektive Weise zu kommunizieren. Manchmal sind Sie zu nachgiebig oder haben Angst davor, wie sich die andere Person durch Kritik fühlt. Die Planeten können Ihnen heute die richtigen Worte geben, ohne zu hart zu sein. Ebenso ist es an der Zeit, Ihr eigenes Verhalten kritisch zu hinterfragen, in Bezug auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden, und schonen Sie Ihre Gefühle nicht. Sie werden später für die Disziplin, die Sie heute an den Tag legen, dankbar sein. Liebe Ein wichtiges Ereignis oder ein Treffen zwischen Freunden und Partnern könnte heute zu Veränderungen führen, die Sie wirklich überraschen. Mit der Astralenergie haben Sie die großartige Gelegenheit, etwas zu sehen, das Sie bisher nicht wahrnehmen konnten. Auch wenn es Ihnen vielleicht etwas schwer fällt, damit umzugehen, wissen Sie zumindest, woran Sie sind, und können dementsprechend andere Vorkehrungen treffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!